Thomas sucht eine Freundin. Er sucht eine Freundin, die ihre Zunge in sein Ohr steppt. Und noch mehr. Was für noch? Ich suche nur jemanden zu massieren hier. Das sag ich euch. Paradise. Ne, bei mir geht es. Das geht nicht so wie Thomas. Thomas will ja gleich alles haben. Alles auf einmal. Guck mal Thomas, wie sieht es aus mit der da oben? Wie sieht es aus mit der da oben? Im Roten. Im Lila. Was ist das? Rosa, Pink. Oder hier. Die in dem anderen. Das ist ja auch gut. Genau.